bayern-online.de Bayerns schönste Seiten. Hallo liebe Freunde von Bayern Online. Wir haben heute mal wieder was ganz besonderes für euch mitgebracht. Wir haben hier T-Shirts zugeschickt bekommen und zwar T-Shirts der Marke Waschechter Bayer. Wie ihr seht, hier stehen freche Sprüche drauf auf bayerisch und der kleinen Löwe und die bayerische Raute sind so das Erkennungssymbol und das ganze steht unter dem Motto stolz auf unsere Wurzeln stark durch unsere Flügel. Ihr könnt euch das so vorstellen Laptop und Lederhose. Wir Bayern, wir sind einerseits modern und in der Welt unterwegs, andererseits sind wir heimatverbunden und essen noch den Apfelkuchen von der Oma Sonntagnachmittag und wir wissen einfach wie man das Leben genießt und genau das soll diese Marke ausdrücken. Schon allein die Verpackung ist ein echter Eyecatcher. Das ist schon hochwertig wie bei Apple Produkten. Wenn ich das aufmache, dann kommt hier zum einen das tolle T-Shirt, zum anderen gibt es immer noch so ein kleines Gimmick dazu. Hier ist es ein waschechter Bayern Stift. Das heißt, da haben sich die Designerinnen richtig was einfallen lassen. Das sind zwei junge Damen in Amberg und die vertreiben diese hochwertige Mode. Und das allerbeste ist, Anna Hubmann, die Designerin dieser T-Shirts, die hat uns zehn von den T-Shirts bereitgestellt zum Verlosen. Also klickt mal rein auf bayern-online.de und vielleicht könnt ihr dann auch schon bald in dem modernen bayerischen Style rumlaufen. bayern-online.de Bayerns schönste Seiten.